ja du bist die krankenschwester schreibt er gerade ja ich glaube auch macht das dann so wie bei oh das sieht ja anders aus den joker wenn er sich verkleidet als krankenschwester also entweder gibt es hier tag und nacht oder wir haben das komplette licht und setting hier noch mal geändert nehmen kein passwort an trotzdem haben wir anforderungen ok seltsam das sieht ja so anders aus was soll ich denn stream um 18 gestellt nein ich muss auch gerade fliehen sing-sang weiß wo ich bin weiß wo ich bin sing-sang lass mich in ruhe sing-sang du wirst keine sängerin mehr in diesem leben wie war das doch mit ich bin im spiel das ist eigentlich echt selten dass du als erstes mal aufgeknüpft wirst ja hättest du das mal nicht gesagt wow ja du hast recht was womit hab ich recht hätte ich mal nichts gesagt ja jetzt bin ich auch ja passt immer recht was ne blöde kuh ach da hinten bist du mich irritiert es dass es hell ist auf dieser map jetzt ist nie hell auf dieser map jetzt schon das ist kacke auf dieser map war es nie hell nicht in den keller kommen schon nicht in den keller da kommst du nicht mehr raus ja eben drum wenn man da einmal drin ist ey dann ist dann ist man wirklich im arsch nicht nur im sondern auch am oh jetzt kann ich mir wenigstens mal den baum richtig angucken äh hallo ich hänge hier ja ich bin zu weit weg von dir ah ne doch nicht du hängst da jetzt direkt außerdem bin ich angeschlagen ich guck mir mal den baum an nein nein bleib weg bleib weg da kommt schon jemand wolle ich mich gerade dazu herablassen dir zu helfen nein heil mich nicht ach das gibt's doch nicht doch bei roller ja unter anderem ja du hast es aber raus geschafft dafür sterbe ich gleich ich bin zu 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 Das ist auf der ganz anderen Seite der Map. Ich war gerade sicher vor der Frau. Ja, bleib weg, die ist hier. Ich öffne die. Toll, was für die Kasten? Ich hätte was anderes gebraucht. Ähm, ganz ehrlich, das geht mir ständig so. Könnte ich euch ein, wie Gwent installieren wollte. Genauso Starz tut es. Da schon inzwischen und zwar eine Auseinandersetzung. Mit Sub-Files. Kein Starterfiles kaufen kann. So, wenn ich den Warenkorb. Okay. Gott. Äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade mal so ganz knapp angebunden bin hier. Irgendwo, wenn ich irgendwie überlebe. Äh. Auf jeden Fall viel Spaß beim Weiterladdeln. Ja, viel Spaß. Äh, das habe ich sogar als Death of Daylight. Ich, ja auch. Ist das gut? Ja, ich weiß. Ich habe nur leider keinen, der mich heilen kann. Leider. Ich weiß nicht wo, falls du bist, könnte ich die Schuhe halten, aber ich weiß nicht wo du bist. Ja, ne, von der Ding-Sang-Tante. Nähe, nähe vom Keller. Ich hab gar keine Zeit zum Bluten. Nicht? Ich bin hier fast zum Verbluten. Wieviel Blut, wie hier raus fließt. Ich bin grad in der Nähe von diesem Baum. Ich fuhre, hier sterben euch beide. Ich löge in die Nacht zwei Stunden. Mach das! Ich hätte jetzt gern einen Spinnen. Ein blaues Licht, was tut das? Es leuchtet blau. Ah, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich denk schon, dass man seine Blutspult sieht. Ja, ich bin ja jetzt hier noch im Spinn. Jetzt sieht man meinen Blutspult nicht mehr. Ach, du bist auch im Spinn? Ja. Beim Baum, aber sie ist hier noch irgendwo. Kennt ihr nicht Rambo? Ich habe Rambo tatsächlich nie gesehen. Aber den Satz, also ne? Das kenn ich trotzdem mit dem blauen Licht. Den Film hab ich auch nie gesehen, aber das kennt irgendwie jeder. Ja. Jetzt hängt sie da hinten, ey. Oh. So, Madame kann ich retten. Rettest du sie? Ja. Ich bin direkt bei ihr. Wenn mir jetzt folgt, Madame, dann haben wir das wunderbar hier erledigt. Okay, dann heil erst mich. Danke. Okay. Einfach auch nett. Kommt. Solltest du auch für mich zu heilen? Kommt. Sie kommt. Du solltest auch für mich zu heilen. Sie ist hinter mir her. Keine Sorge. Ja, wir sind direkt bei dir. Das ist ja das Problem. Das ist alles aufregend. Oh, Gott. Komm mit. Voll in. Ja. Voll in den Schädel. Oh, Daddl. Ich krieg dir noch einen Herzinfarkt. Hat er wieder einen Jumpscare gemacht? Aber von der übelsten Sorte, ey. Vor allem. Für mich sind die Alerts jetzt richtig laut. Weil ich die Soundkarte weiter aufgedreht habe bei mir hier. Alter. Du wirst mir doch richtig angeschrien. Heieiei. Daddl, was tust du nur? Ich hatte gerade was, das hatte ich noch nie, wo ich am Haken hing. Was? Und was? Ja, du weißt doch, wenn du jetzt einen Generator machst, oder immer zwischendurch das, mit dem, wo du das da mit der Leer-Taste drücken musst. Das hatte ich gerade auch am Haken. Das hatte ich noch nie. Okay. Ich hab dich voll lieb. Ah. Ah. Tito. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich lieb warm ist. So wie du mich erschreckst. Halber Herzinfarkt hier. Irgendjemand... Ah! Hi! Bleib mal stehen hier. Ach. Guten Tag. Ich bin der Nikolaus Guten Tag. Guten Tag. Der Typ ist wie jetzt. Ja. Welcher? Wir sind jetzt schon wieder auf. Oh! Oh! Was ist denn dieses Ding? Hm. Der nimmt dein Regalings. Okay. Hier ist doch gar keiner. Was? Hier ist doch gar keiner. Hier hinten, ey. Oder meinst du die Katze, die da ist? Die Katze weiß ich, dass sie da ist. Die ist niedlich. Hinter mir ist keiner. Ah, da bist du. Da ist der eine scheiß Generator, der so mitten im Kornfeld ist, ey. Die beiden da hinten sind schon. Ein Generator im Kornfeld. Oh, tschüss. Und wahrscheinlich kommt es trotzdem gleich wieder. Was? Wo? Wo? Ah! Bitch! Weißt du, ich wundere mich, wo sie ist, ne? Aber hier gibt es ja nicht noch irgendeinen anderen Generator. Warum müssen die zwei unbedingt in ihrer Nähe sein? Ach, komm. Komm, wir brauchen nur noch einen Generator. Ja, das ist ein Stück leer. Gott! Und du bist jetzt tot, ne? Ich bin tot. Ich bin tot. Scheiße! Oh Gott. Das war... Oh Gott! Oh Gott. Oh, super, Alter. Wie gut, dass da ein Spinn ist, ne? Ja, da guckst du jetzt rein, oder? Ja, nein, vielleicht. Ich mach lieber den Generator kaputt. Boah, halt Automaten sagen. Automaten? Ja, die machen Automaten kaputt. Ich dachte, die machen mal was Nettes. Sehr nett, sehr nett, Daddl. Ich merke praktisch, wenn die andere dir auch mal helfen würde. Ja, tut sie leider nicht. Lauf! Lauf! Jaaa, nein. Darum auch. Warum auch? Das wär ja zu schön. Ja. Jaaa! Rady! Oh, no. Spannende Runde. Hm. Genau verpieser dich. Wie kommt's eigentlich, dass ich noch lebe? Ja. So. Ist ja doch froh. Problem. Das Problem ist, dass sie hier die ganze Zeit um mich herumströmert. Hm. Ja, das tut sie. Mhm. Mhm. Ich finde es ziemlich unfair, dass man die Generatoren wieder beschädigen kann. Jaaa. 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 Stimmt. Das macht's zumindest ein bisschen schwieriger. Jaaa. Ich guck dir erstmal vorsichtig raus. Ist das wer? Jaaa. 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 Ich guck dir mal von meinem Leben vorab. Jaaa. Vielleicht schafft sie's dafür. Oh. 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 Da hinten ist halt irgendwo, ne? Guck mal bei der anderen, ne? Da ist irgendwie auch alles ruhig. Ich hab Angst. Mami! Ich hab Angst. Ich bin eine Biene. Joa. Ich hab ganz gerne mit der Frau die Säure gekotzt. Er spuckt jemanden nieder, weil da bis einer zu Hilfe kommt. Von ein paar Tagen lag sie dann alle vor ihm und er lacht den Discord schön frech. Glaube ich gerne. Das ist der eine besagte Generator. Ja. Da ist aber nur noch einer. Also ich weiß nicht, was unser... Die macht das so nach wie du, äh, sich verstecken und durch die Felder laufen. Äh, das ist gut. Also ich bin gleich tot. Weil er mich schon wieder entdeckt hat. Jetzt ist er an nem Generator aber hat grad erst angefangen. Das ist ganz toll. Ich spiel so lange Lockheorien nicht. Jetzt musst du sie wieder weg vom Generator ein. Oh, lass mich bitte sterben. Dann kann ich in die Piesel gehen. Du kleine... Du lässt mich jetzt hier nicht liegen. Ohohohoho, ist das gemein. Alter, du kleine Dreckige. Ich hab nichts gesagt. Ja, aber ich weiß, was du gedacht hast. Ach, papplapapp. Ja, guck mich. Sie guckt mich auch noch an. Ne, das hast du nicht gemacht. Na komm, hib mich auf. Hib mich auf. Sag mal. Ja. Hebst du mich jetzt endlich auf? Ich bin doch eh tot. Ich finde Hilfe. Leckofannie. Scheiß tue ich finde Hilfe. Wir sind ein Spiel, weil sie ganz toll sind. Ja, guckst du, ob ich immer noch am Stern bin? Ja? Ja? Echt? Ja, gleich würdest du dich daran? Ja? Ja? Ja, natürlich tut's das. Warte, wo ist der nächste Haken? Leg mich direkt davor. Fohokatski. Ne, das sieht aus, als wenn hier der Kumpane da... Ja, es kommt Hilfe. Das ist aber auch echt Glück, ey. Ja, ne, ich hab Pech. Ich muss pinkeln. Ja, gut. Das nütze ich gleich auch. Sag mal. Such dir ein anderes Opfer. Ich bin doch eh schon tot. Ja, das ist irgendwie irgendwie... Das bin ich nur ein bisschen irritiert irgendwie, dass der gar nicht mal so die andere verfolgt. Irgendwie. Doch, ah jetzt. Okay, doch. Ich nehm's zurück. Jetzt ist sie angehittet. Ich hab erst... Ich hab erst... Ich bin erst bei Feige. Sie sind schon wieder im Stint, ey. Ja. Hast du den denn schon so eingerichtet, ein bisschen häuslich? Ja, so ein bisschen. Ach, komm. Ja, klar. Du lässt mich hier nicht schon wieder liegen. Ich muss pieseln. Das weiß sie ja nicht. Das hat sie zu wissen. Du kannst... Du kannst einfach mit deiner Buchschrift schreiben, ich muss pieseln. Aber ich glaube, bis dahin ist das, äh... Verdamm. Ich lass gleich einfach laufen. Wärmt schön von... Wärmt die Beine schön. Boah. Oh ne du. Dann guckt auch schon irritiert. Aber wer würde da nicht irritiert gucken? Was? Weißt du, diese Runde zieht sich einfach nur so. Weißt du, keiner kann die gelben Rekord machen. Keiner davon ist mal richtig drin. Ja, sie ist schon die ganze Zeit jetzt im Springen. Tatsächlich ist das, glaube ich, einer mit der längsten Runden, die wir mal hatten. Ja. So, ich liege hier. Hängst du mich jetzt bitte mal auf? Ich liege hier. Hallo. Hallo. Ich habe keine Daseinsberichtigung mehr. Ich habe schon zwei Striche. Du hast eine alte... Umbildriebe. Die legt mich einfach ausbluten, ne? Schaut, dass ich mal hier wegkomme. Ja, der Chicken Loop ist immer noch im Spinnen. Guckt immer nach links. Guckt immer nach rechts. Eine Leiche im Kornfeld. Lalalalalalalalalalalala. Bringst du mich jetzt bitte? Oh, hallo. Hörst du auf, immer wegzurennen? Kannst du zu einem Generator und einem Zwischenden? Nope. Leider nicht. Ich kann hier nur vor mich hin vegetieren. Aber ich bin eh gleich tot. Ich bin eh gleich tot. Dann kann ich endlich Pieseln gehen. Ich weiß auch nicht, warum ich heute wieder so oft muss. Heute ist wieder so... Heute ist mein Piesel-Marathon. Ich merke es. Ich glaube auch. So, sie ist immer noch im Spinnen. Ja, ich bin endlich tot. Gott sei Dank. Ich bin auch noch nie so froh tot zu sein. Aber ich habe, ich habe einen Punkt gekriegt. Er passt, ja. Na gut. Toll. Ich habe am wenigsten... Selbst du hast mehr Punkte! Irgendwie doch auch mal was. Nee. Du wirst davon profitieren. Das ist mein Spruch und du profitierst, wenn davon. Aber du profitierst... Profitier... Profitier... Ne, ne? Hab da, hab da. Hab da, hab da. So, ich bin mal ganz kurz... Ganz kurz... Ja, ich bin auch mal eben nochmal schlafen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!